In Berlin wird es wohl noch dauern, bis eine Regierung zustande kommt. Jetzt wird sondiert. Ein Thema dabei, die Bürgerversicherung. Alle Bürger in einer gesetzlichen Krankenversicherung. Das will die SPD so. Bei der Bürgerversicherung geht es uns einzig und allein darum, die Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland abzuschaffen. Heißt also, dass beide Kassenpatienten und Privatpatienten gleich schnell einen Termin beim Arzt bekommen und immer die gleichen Untersuchungsmethoden und die gleichen Behandlungsmethoden erfahren, dass es einfach nicht mehr unterschieden wird, etwa auch was Medikamente angeht. Bei Verdi befürchtet man eine Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Der Eigenbetrag der Versicherten könnte um zwei Prozentpunkte steigen. Das wäre schlecht, weshalb Verdi für eine Bürgerversicherung ist. Insofern treten wir ein für eine Stabilisierung des Sozial- und Sicherungssystems hier auch in der Krankenversicherung und im Übrigen auch in der Pflegeversicherung. Und das wird nur gelingen, wenn wir das auf breitere Beine stellen. Erstens solidarisch, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge wieder gleich paritätisch finanziert sind. Und zum Zweiten unter Einbeziehung aller, die erwerbstätig sind in diesem Land, also nicht nur die gesetzlich versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern alle, also auch Beamte, Selbstständige. Dr. Joachim Rätsel ist Arzt in Amberg. Er ist gegen die Bürgerversicherung und findet klare Worte. Mit Sicherheit wird es für die Patienten teurer werden. Die Verwaltungskosten werden zunehmen. Die Hochrechnungen sprechen dafür. Die Vorteile einer Bürgerversicherung werden nicht dazu führen, dass man weniger Wartezeit hat, wahrscheinlich sogar eher mehr Wartezeit. Es wird zum Abbau von kleinen Praxen führen. Man wird dadurch mit Sicherheit nicht die Ärzte aufs Land rauslocken. Im Gegenteil, man wird noch schlimmere Zustände bekommen mit einem Ärztemangel. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns lehnt die Pläne einer Bürgerversicherung ab. Wörtlich heißt es, Die Umsetzung eines solchen Systemwandels hätte deutlich negative Auswirkungen auf die Patientenversorgung, da sich der wirtschaftliche Druck auf die Haus- und fachärztlichen Vertragsärzte erhöhen würde. Und dann ist da noch das Unternehmen Gesundheit Oberpfalz Mitte, kurz UGOM, Punkt 95. Haus- und Fachärzte sind hier zusammengeschlossen, um die medizinische Versorgung in der Region zu verbessern. Dr. Thomas Hohenstadt in Ursen-Sollen ist hier mit dabei. Ich denke, dass wir bisher querfinanziert sind, eben halt durch die Privatpatienten. Ich glaube, das ist auch eben letztendlich diskussionslos. Und wenn dieses Geld fehlt, werden wir letztendlich das, was wir an finanzieller Kraft eben halt auch zur Strukturierung unserer Praxis haben müssen, werden wir das nicht haben. Das heißt, wir werden auch einen Qualitätsverlust bestimmt haben. Die Diskussionen in Berlin werden weitergehen. Ob die Bürgerversicherung ein Knackpunkt für die Sondierungsgespräche sein wird, wird sich noch herausstellen.